Ich heisse Godifona und mache hier für die Aargauer Wanderwäge und ich betreue die Wanderwäge. Ich reinige die Wanderwäge, wieder frisch mahle und alles was zwischen den kleinen Gisch rausschneide, alles was einfach so kleine Arbeiten sind, kann ich selber machen. Ich mache das gerne, weil ich gerne in der Natur raus bin, immer in der frischen Luft. Ich habe mir gedacht, das kann man mit etwas Nutzlichem verbinden und etwas für die Allgemeinheit tun.